Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Aber aus aktuellem Anlass gibt es hier noch einen ganz kurzen Clip von mir. Hey, schön, dass du auch wieder beim Tagesorakel mit dabei bist. Ich wollte dir sagen, nutz doch heute noch die letzte Chance. Wir haben nämlich bald den 1.4. für dein Personal Coaching mit mir. Zwölf Monate lang und das Schöne daran ist, es kostet dich nur hochgerechnet 42 Euro im Monat oder eben 500 Euro auf einmal. Dafür kriegst du zwölf Zoom-Meetings, monatlich ein wichtiges Gespräch mit mir. Dein persönliches Monatsjournal für deine Bearbeitung von deinem Thema, was eben bei dir gerade ansteht. Und natürlich auch noch die Gemeinschafts-Calls. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Melde dich noch. Die letzten Plätze sind frei. Es sind noch vier an der Zahl. Vier oder fünf. Und ich freue mich, wenn du das bist. Du kannst in der Infobox meine Webseite finden. Nutz dann das Kontaktformular oder schreib mich direkt an. Also, bis dahin. Viel Spaß beim Orakel jetzt. Ja, ich hoffe, du konntest dich jetzt noch anmelden oder tust es noch. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Programm und hilft auch jedem weiter, der nicht unbedingt den großen Geldbeutel hat. Jetzt schauen wir mal, wie es hier losgeht mit Grace und Antoinette. Um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des Anderen voll mit Gefühl. Das habe ich in letzter Zeit auch gemacht. Genauso ist auch das Coaching übrigens entstanden. Sehr, sehr coole Karte jetzt gerade. Es geht hier aber auch wirklich um dein inneres Gefühl heute, dass du heute deiner wahren Bestimmung nahe kommst, deiner wahren inneren nahen Bestimmung, weil hier tatsächlich sehr viel Weisheit mitgegeben wird. Das Gefühl, mit jemandem mitfühlen zu können, in Betracht zu ziehen, in deiner Entscheidungskraft hier, die gerade heute in deiner vollen Loyalität liegt, ja da liegt die Abrundung und auch die Stärke deiner wahren Weisheit im Leben. Ja, das bedeutet natürlich, dass du hier die Unterstützung bekommst, Dinge besser zu verstehen, Dinge besser nachvollziehen zu können und nicht im Ego zu handeln oder dabei ins Ego zu verfallen, sondern wirklich auf die rein menschliche Art zu unterstützen und hier einen schönen Wink für die Zukunft des Anderen zu geben. Dass du einfach aufzeigst, hier ist Hoffnung, so geht der Weg und das macht dich dann auch glücklich, du musst dich nicht sorgen. Das ist etwas, was dich sehr emporheben wird, also achte auch so ein bisschen auf deine Energie, dass du sie nicht sinnlos ausgibst, sondern auch manchmal bei dir behältst und ein bisschen damit auch raushältst, was das Verteilen dieser Energie betrifft. Ja, also wenn du merkst, dass du einem Menschen geholfen hast, musst du nicht gleich zum nächsten rennen, sondern wirklich durchatmen, das genießen und dann der Nächste kommt von allein auf dich zu. Lichtvolle Wege. Auch wenn dein Weg über viele Stolpersteine führt, du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen. Glück und Liebe sind dein Lohn. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass der Fortschritt dann auch dich erreicht. Glück und Liebe sind dein Lohn dafür, dass du natürlich Leichtigkeit gewinnen kannst. Die Stolpersteine sind so ein bisschen die Erlebnisse der letzten vier Jahre, so wie es hier liegt, vier Jahre, der letzten vier Jahre. Das sind die Stolpersteine. In diesen vier Jahren hast du viel Liebe erlebt, gesundheitlich ein bisschen, ja, was Negatives erlebt, aber auch gesehen, dass Loyalität im Mensch steckt, dass es auch gute Menschen gibt und dass es auch Menschen gibt, die dich dabei unterstützen und dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Und das ist jetzt das Wichtige. Diese Menschen, die sollst du heute auch dankbar mitnehmen in deinem Energiefeld und du wirst sehen, dass gerade hier Liebe und auch natürlich Glück in der Leichtigkeit liegt, weil du erkennst, welche Energien dir gut tun und welche eben nicht. Das ist auch dieses Haushalten, das hat da auch einen großen Einfluss darauf, zeigt natürlich auch auf, dass du einfach sehr, sehr weit in deinem Bewusstsein jetzt auch bist und größere Herausforderungen benötigen wirst. Mystik. Schreite beschwingt voran und akzeptiere kein Gehtnicht. Rechne mit wunderbaren Lösungen. Und das ist jetzt die letzte Karte, die wirklich darauf schließen lässt, dass du zu mir ins Coaching kommen solltest, also melde dich tatsächlich heute noch an, denn nach vorne kommen kannst du nicht alleine. Kein Mensch von uns schafft, weiter fortzuschreiten, fortschrittlich weiter im Leben zu kommen mit neuen Weisheiten, mit neuen Lernpunkten, wenn er niemanden hat, der ihn führt oder zumindest beiseite steht. Auch ein Coach haben Coaches in diversen Dingen. Mystik gibt dir aber auch die Power, genau das hier, diesen Fortschritt, den du leben willst, weil jetzt einfach größere Herausforderungen auf dich warten, weil du einfach auch größeres Bewusstsein erlangen möchtest. Zeig dir, das geht nicht, dass es das nicht gibt. Also versuch dich nicht hinter einem Gehtnicht zu verstecken, sondern wenn du merkst, dein Verstand sagt Gehtnicht, dann geh erst recht weiter. Auch wenn du denkst, ein Coaching geht nicht, versuch es erst recht, denn die Klarheit liegt erst in der Leichtigkeit, wenn du für deinen Fortschritt dich einsetzt und demnach natürlich deine Bewusstseinsarbeit abrundest und somit in der Loyalität deiner Leichtigkeit und deiner Freiheit, deiner inneren Freiheit auch wieder gegenüberstehen kannst. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Weg und zeigt dir sehr vieles auf und deswegen handle für dich. Kursänderung. Schaue dir deinen Weg genau an. Ist er so, wie du ihn dir vorgestellt hast oder gehst du das nur aus Gewohnheit weiter? Dann ändere deinen Weg. Und das ist genau das, was ich eben angesprochen hatte, dass Gewohnheitsleben, was man immer alleine führt, natürlich wirst du da auch den ein oder anderen Fortschritt machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass du zu nichts befähigt bist. Du bist ja auch eine Schöpferin oder ein Schöpfer. Aber die Kursänderung kommt eben nur, wenn du die Gewohnheit verlässt. Und die Gewohnheit zeigt eben auf, dass es Wege in deinem Leben gibt, die du dann erklimmen kannst, wo aber Unterstützung dann auch notwendig ist. Die Kursänderung gibt dir aber auch heute mit, dass dir bewusst wird und du auch richtig spürst, wie du diese neuen Herausforderungen brauchst. Deswegen hast du auch Mitgefühl üben müssen, dass andere auch dich verstehen, dass du auf einmal weiter, schneller, höher hinaus willst, dass du mehr verstehen willst, dass du auf jeden Fall auch sehr, sehr intensiv besser für dich arbeiten kannst und dadurch natürlich in deine, ja, in deinen Seelenfrieden kommst, in deine Zufriedenheit kommst. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Akasha. Wow. Wow. Du bist ein spiritueller Lehrer. Du bist befähigt, andere zu beraten und ihnen zu helfen, ihre geistigen Gaben und ihre göttliche Lebensaufgabe zu erkennen. Das ist natürlich auch wichtig, dass du hier dein Mitgefühl dann wirklich gut trainiert hast, dass du hier wirklich dein Ego komplett abgelegt hast, weil die Notwendigkeit, Menschen ihre Sicht aufzuzeigen, die ist gegeben. Und spirituelle Lehre kannst du auch nur machen, wenn du in dir selbst in der Klarheit bist. Also diese Weisheiten, die du heute aufnimmst, für dich, die werden in naher Zukunft auch für andere wichtig sein. Nimm das also ernst und verbreite deine Weisheiten dann, aber komm auch du mit deiner Weisheit in dein Gleichgewicht und somit in deine Leichtigkeit. Sehr, sehr wichtig. Frau sein. Fühle in deine Seele hinein und lebe deine weiblichen Seiten, die du bislang von dir weggeschoben hast. Erwecke die Frau in dir. Und das heißt nicht, dass du jetzt alles weiblich sehen musst oder versuchen musst, so Frau wie möglich zu sein. Das ist sehr, sehr schemenhaft beschrieben, finde ich. Denn es geht hier einfach um die Empathie und auch um die Schöpferkraft, dass du verstehst, auch für dich Mitgefühl zu gewinnen. Dass du verstehst, was deine Gefühle dir sagen wollen und wo deine Gefühle dich hinlenken wollen. Und dass du für dich in deine Entscheidung empathisch gehst. Dass du deinem Gefühl die Chance gibst, sich entfalten zu lassen und somit deine Empathie natürlich noch weiter steigerst. Und dann bist du wirklich in deinem weiblichen Seelenanteil und kannst über dein Ziel hinaus wachsen. Das, was du dir die ganze Zeit ersehnt hast. Und das hast du dir auch verdient und genau deswegen freue ich mich, wenn ich von dir höre.